Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Heute geht es um TeamSpeak 3, wie man Channel Commander wird und einsetzt. Eingestellt wird es ganz einfach. Ihr klickt im Menü auf Einstellungen, dann auf Optionen, linke Seite auf Whispern und dann auf Whisperlisten. Neu anklicken, eine Taste drücken, hier habe ich es mit A gemacht, dann wählt ihr Whispern an Gruppen. Ihr bekommt zwei neue Dropdowns. Dort sagt der Whispern an die Channel Commander und zwar an allen Channels. Dann ist es egal, ob die in Subchannels oder höher gelegten Channels liegen. Diese Einstellung nimmt natürlich jetzt jeder vor, der als Channel Commander agieren will. Als nächstes muss jeder auf seinen eigenen Namen einen Rechtsklick machen und Channel Commander auswählen. In dem Moment ändert sich das Symbol vor dem Namen zu einem anderen Lautsprecher. Jetzt funktioniert es ganz einfach so. Ihr drückt eine Taste, wenn ihr mit anderen Channel Commandern kommunizieren wollt. Wenn ihr die Taste nicht gedrückt haltet, dann redet ihr nur innerhalb eures Kanals. Das Schöne daran ist, dass euer Team in eurem Kanal nichts hört, wenn ihr mit anderen Channel Commandern sprecht. Channel Commander werden immer dann gebraucht, wenn relativ viele Leute auf einem Server zusammen spielen wollen. Denn erfahrungsgemäß, sobald ca. 6 Leute in einem TeamSpeak Kanal gleichzeitig drin sind, reden 2-3 Leute nur noch aktiv und die anderen sagen gar nichts mehr. Das bedeutet zum einen, dass man nicht weiß, wer jetzt wo irgendwelche Feinkontakte hat. Zum anderen hat man das Problem, dass man keine Bestätigung mehr bekommt. Man weiß nicht, ob jemand zuhört oder ob jemand irgendwas verpasst hat. Die Lösung ist dann, dass man verschiedene Kanäle aufmacht, in die jeweils halt eben kleine Teams, maximal 6 Leute reingehen. Dann hat man nur das Problem, wie soll das eine Team mit dem anderen Team kommunizieren, ohne wieder alle Leute zuzuspammen. Und dafür gibt es die Funktion der Channel Commander. Die Idee, in jedem Kanal ist ein Channel Commander. Wenn ihr eine bestimmte Taste drückt, kann er mit dem Channel Commander oder dem Channel Commander in den anderen Kanälen kommunizieren. Drückt er die Taste nicht, spricht er immer nur innerhalb seines eigenen Kanals. Ich hoffe, das war hilfreich. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch subscriben, das Video bewerten und natürlich immer einen Kommentar hinterlassen, ob das gut oder schlecht war und vor allen Dingen, wenn es schlecht war, was das nächste Mal besser gemacht werden soll. Ich bin echt drauf. Ich bin echt drauf. Ich bin echt drauf. Also, ich bin echt drauf.